Wir sind hier in Elgiterra im Norden von Chile, im Elgital. Ja, da sind die Häuser, alle aus Naturmaterial. Das ist die Terrasse, wo das Seminar stattfinden wird, das ist der Essensraum, Frühstücksraum. Da sind die Zimmer, die auch alle sehr schön und liebevoll eingerichtet sind und dann ist dieser Ort voll von verschiedenen Plätzen, wo man sich zurückziehen kann und einfach sich sammeln kann, Kraft tanken kann. Da unten gibt es einen ganz schönen Feuerplatz, wo abends Asados stattfinden. Das werden wir natürlich auch machen. Und zur Erfrischung am Tag gibt es natürlich auch einen Swimmingpool. Das ist der Essensbereich. Da ist Mama Jukka, der heilige Berg hier. Hier seht ihr die Häuser mal von der anderen Seite. Und jetzt kommt mein, auch noch ein schöner Lieblingsplatz. Da ist wieder Mama Jukka, da hinten sieht man die Andenschnee bedeckt. Hier ist auch noch ein schöner Platz zum Relaxen. Der Boden ist nur aus Naturmaterialien. Hier ist ein anderer schöner Platz, wo man relaxen kann. Das ist der obere Bereich. Nussbäume, Pikanüsse, Avocadobäume. Cheremoja, Cheremoja gibt es hier auch. Hallo, wir sind hier in El Quiterra im Norden von Chile. Und es ist eine wunderbare Gegend. Eine besondere Energie auf der anderen Seite von Tibet. Und hier werden wir nächstes Jahr unser Seminar machen. Und ihr seid herzlich eingeladen.